Und weiter geht's mit dem dritten Teil von Mantel und Degen. Die Mission hat sie in sich. Ich darf kein... Irgendwie es aussieht, darf ich in der Mission keinen Tempel bauen. Schade. Schade Marmelade. Aber gut, dann ist es gut. So was, bevor er weiter an meinen Reserven hier hinten rumnagt. Verstärkungen sind eingetroffen. Wirkt gebaut. Mach das mal hier vorne ein bisschen weg, dann kann ich auch ein bisschen mehr mit Infantoren hier handeln. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Was hat's mit dem Gefängnis auf sich? Kann ich das einnehmen? Ja, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Okay, brauche ich doch nicht. Meine Güte, entscheidet euch doch mal, was ihr jetzt angreifen wollt. Ich glaube, wir verringern die Geschwindigkeit mal auf schnell. Recher auf. Recher auf. Jawohl, Zahn. Recher auf. Jawohl, Zahn. Schleck. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Kein Problem. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Bestätigt. Bestätigt. Geht klar für. Jawohl, Zahn. Mein verdammt Panzer ist auch schon kaputt, oder? Jawohl, Zahn. Bestärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Leute, können wir nicht einfach Freunde sein? Jawohl, Zahn. In Ordnung. Jawohl. Jawohl. Freiheit verhoben. Konstruktion fertig. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Der Stott. Abgebrochen. Wird gebaut. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Bestätigt. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Wird gebaut. Ob ich das Gefängnis einnehmen kann. Ob das irgendwas bringen könnte. Jawohl. Recher auf. Aua. Recher auf. Verstärkungen sind eingetroffen. In Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. Gestoppt. Jawohl. Recher auf. Ich rufe die Leute. In Ordnung. Bestätigt. Recher auf. Unsere Basis wird angegriffen. Recher auf. Jawohl. Wird gebaut. Einheit verloren. Bestätigt. Jawohl. Einheit verloren. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl. Bestätigt. Jawohl. In Ordnung. Bestätigt. Ich seh's kommt. Sobald ich den Obeliskaufbau wieder instant weggeschottet. Jawohl. Recher auf. Recher auf. Bestätigt. Jawohl. Recher auf. Einheit verloren. Jawohl. Einheit verloren. Ich darf. Jawohl. Weil es sich sowas bringt. Recher auf. Jawohl. Bestätigt. Konstruktion. Taktisch. Unsere Basis wird angegriffen. Okay. Ähm. Fangen wir uns um einsam. Recher auf. Recher auf. Jawohl. In Ordnung. Recher auf. Jawohl. Recher auf. Sofort, Sir. In Ordnung. Geht klar, Sir. Breche auf. Hol mich doch. Hol mich doch. Pff. Sofort. Haha. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. Recher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Hm. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Geldmittel unzureichend. Wirklich. Unsere Basis wird angegriffen. Reparatur. Flampanzer. Deine Dienste werden benötigt. Aber dringend. Jawohl, Sir. Bestätigt. Danke. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Recher auf. Jawohl. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Da kommt da schon wieder der Heli. Oh Gott, nein. Wie eng kann man eigentlich landen? In Ordnung. Bestätigt. Oh nein. Wie nah kann man eigentlich dran vorbeifahren? Jawohl. Hol einmal. Ich hoffe, auf dem Rückweg ist das schon erledigt, das Problem. Jawohl. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Recher auf. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Recher auf. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Dankeschön auf Wiedersehen. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. Oh nein. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Ich werde von einem Honnissen West wegfahren und fahr gleich ins nächste rein. Jawohl, Sir. Recher auf. Bestätigt. Geldmittel unzureichend. In Ordnung. In Ordnung. Ich weiß nicht, was mir das Gefängnis da oben bringt. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Fürstätig. Ordnung. Insere Basis wird an... Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Recher auf. Schade ums Panzerchen, aber... Jetzt bin ich schon befasst. Ich glaube, jetzt fange ich dann wieder an, von 1 anzuspeichern, weil ich glaube, die alten Spielstände brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jawohl, Sir. Ich würde gerne wissen, was das Gefängnis macht. Leute einsperren. Höh. Äh. Jawohl, Sir. Recher auf. Gehen wir bitte wieder rein. Bestätigt. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wird gebaut. GDI-Gebäude wurde erubert. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Äh. Jawohl, Sir. Oh. In Ordnung. Konstruktion fertig. Ich habe Helis bekommen, einfach so, aber... Jawohl, Sir. In Ordnung. Das ist eine schöne Sache. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Bestätigt. Das Problem daran ist... Geldmittel unzureichend. Ohne Helipod. Jawohl, Sir. Unsere Basis wird angekürzt. Ich kann nur sehr beschränkt einsetzen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Konstruktion fertig. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. So, dann machen wir mal die Infanteristen weg. Dann können wir uns gleich noch mehr Tiberium krallen. Expansion, sage ich. Expansion. Breche auf. Jawohl, Sir. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Unterzentrale habe ich ja... Ich glaube, es gibt für mich keine Möglichkeit, Tempel von dort zu bauen. Schade. Aber der darf eine Jungenkanone haben. Schon klar. Konstruktion fertig. Verstärkungen sind eingetroffen. Breche auf. Jawohl, Sir. Breche auf. In Ordnung. Reche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Meine Gott. Was für ein Gemetzel. Gut. Oh, hallo, Mammuts. Ich bin eigentlich nur auf Durchreise. Ich kann es mich gerne ignorieren. Ich wollte nur die paar Leute hier mitnehmen. So per Anhalter. Und jetzt gehe ich wieder. Kann ich das Gefängnis nicht? Ich darf es gar nicht verkaufen. Wir benötigen die Silos. Jawohl, Sir. Jawohl, in Ordnung. Jawohl, Sir. Silos. Das könnte man so vergessen. Wir stoppt. Abgebrochen. Okay, ich brauche sie los. Also ich meine, ihr könnt mal so vergessen, dass ich hier mit Geld vollgeladen bin. Ich meine, das ist eigentlich ein Vorsprungsgetanke. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Tut mir leid. Ah, doch mal kommt durch. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Einheit verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. Brauche ich hier noch eine Offenheit. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Entschuldigung. Hurt in Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ihre Basis wird angebläuziehen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Drech auf. So viel zu dem planen. Ja? Im Himmel macht das einen Schaden. Jawohl, Sir, reiche auf, Ordnung. Einheit verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion, kalt. Jawohl, Sir, reiche auf, in Ordnung schläftigt. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. Einheit verloren. Jawohl, Sir, reiche auf. Jetzt nicht für euch. Jawohl, Sir, verständlich. Reiche auf. Konstruktion, fertig. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Jawohl, Sir, reiche auf. Reiche auf. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Tschüss, Gefängnis. Na schön, dass du mal da warst. Reiche auf, Ordnung. Zwei Helis ohne irgendwas dazu, das ist jetzt auch nicht unbedingt die nächste Verstärkung, die man haben kann. Hätte ich damit jetzt die Helipods anziehen, bin ich freigeschaltet, weil das ist was anderes, aber so. In Ordnung. Konstruktion, fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Abgebrochen. Bestätigt. Ich müsste jetzt mal anfangen, Sammler zu jagen. Ich weiß, das ist eigentlich mehr oder weniger eine Selbstmoderklärung. Aber je schneller ich die GDI trockensetzen kann, desto schneller ist die GDI nicht mehr flüssig. Reiche auf. Danke, danke. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reiche auf. Jawohl, Sir. Aha. Ach, du liebe Zeit, was für ein Ameisenesd. Reiche auf. Fertig. Jawohl, Sir. Energie, wo kritisch wird gebaut. Jawohl, Sir. Reiche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Reiche auf. Jawohl, Sir. Ach, du liebe Zeit. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Reiche auf. Unsere Basis wird angegriffen. Äh. Äh, äh, äh. Wird gebaut. Äh, 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 äh. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion, Taktik. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Oh, das wird weiter ausgebaut. Jawohl, Sir. 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 Willkommen Sie sich... Jawohl, Sir. Jungblätter, wie jumbo, Sir. Jawohl, Sir. Soll er aufgebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. E confidential. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. variante, j campus 000ел泣zt, wie treft. Jawohl, Sir. Guck, guck! Voll umgeschwärmt einfach mal. Da muss ich schon sagen, es ist schon echt cool, wie schnell die sind. Jawohl! 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 Recher auf! Bestätigt! Jawohl! 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 In the name of Cray. Show must go. Ja. Da ist nochmal ein Sammler. Der muss ebenfalls wieder weg. Weil jetzt hat er, glaube ich, seine gesamten Geldreserven verbraucht. Aber der holt sich die paar Reserven da und seine Silas sind trotzdem wieder voll. Ich glaube, ihn einfach so auszutrocknen ist nicht so leicht, wie ich es mir vorstelle. Das ist schon, dass ihr noch mehr zum Sammeln habt. Die haben sich gegenseitig blockiert, alles klar. Sie haben so viele Tiberien auch noch in den Hinterhand. Also in den Hinterhand, überhand, äh, ja. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ich könnte hier einen richtig guten Tarnpanzer-Inbusch machen, weil ich komme ja in der Mitte durch. Solange da nicht gerade Infanteristen sind, käme ich hier eigentlich durch. Jawohl, Sir! Man könnte da ganz gemeine Sachen machen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ich könnte mich wirklich effektiv rein und was zerstören im Idealfall. Bauhof wäre natürlich optimisch, äh, Optimum, aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht so einfach geht. Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! 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 Verloren. Konstruktion. Fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Äh, wollte ich nicht langsamer anfangen. Von null würde er anfangen mit den Speicherständen. Ich bin ein bisschen benommen noch vom Kampf. In Ordnung. Verschneiden Sie. Jawohl. 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 Basº 2. Den Tramponson tape werde ich nicht so viele andere anreichern können. Ehh, was. Da geht's los mit den Drogen. Ich wünschte, ich hätte noch einen Tempel. Ich würde einmal den Nuke rein, dann ist Bauhof weg und dann GG. Ja, natürlich, das wäre zu einfach. Ey! Müssen jetzt wirklich unbedingt die Grenadiere kommen, ja. Oh nein, oder? Hm, nein. Ich werde jetzt über ein paar Soldaten verteilen. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Bilden wir unzureichend. Einheit verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Jetzt werde ich die Mission garantiert nicht mehr da von vorne spielen. Bestätigt. Jawohl, Sir. Reche auf. Konstruktion fertig. Ok, einen habe ich dich schleichen können. Schleicht's euch. Bestätigt. Reche auf. In Ordnung. In Ordnung. Einheit verloren. Ach, das war wieder in die Unkanone. Ok. Jawohl, Ordner. Reche auf. Reche auf. Wird gebaut. Reche auf. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Reche auf. Konstruktion fertig. Jawohl, Reche auf. Wird gebaut. Nein. Jawohl, Ordner. Stärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Ordner. Einheit verloren. Jawohl, Ordner. Bestätigt. Jawohl, Ordner. Bestätigt. Bestätigt. Reche auf. Jawohl, Ordner. Reche auf. Jawohl, Ordner. In Ordnung. Jawohl, Ordner. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Jawohl, saúde. Jawohl, saúde. Verbertbar, bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, saúde. Jawohl, partnerschaft. Jawohl, saúde. Jawohl, consommation verloren. Jawohl, samhasi. Jawohl, unstoppable, comparative geld. Jawohl, CIA Weiher auf. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl,ومade. Jawohl,ygusal Einheit verloren. Konstruktion wird gebaut. Verstärkungen sind getroffen. Einheit verloren. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich hasse es, wenn der Flammbad einfach vorbeifährt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Jawohl, zahl. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich kann es vergessen. Den Bau kriege ich auch nie im Leben kaputt. Einheit verloren. Jawohl, zahl. Jawohl, zahl. Recher auf. Jawohl, oder. Einheit verloren. Jawohl, zahl. Bestätigt. Verstärkungen sind getroffen. Einheit verloren. Jawohl, zahl. Konstruktion verpflichtet. Bestätigt. Jawohl, jawohl, zahl. Jawohl, oder. Verstärkungen sind getroffen. Einheit verloren. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind getroffen. Konstruktion fertig. Ich hätte diesen Sammler gerne abgefangen. Danke. Sofern es geht. Ja genau, einmal außen rum bitte. Das war gut. Ich versuche mich mal ein bisschen vorzubauen. Du wirst es aber nicht. Das ist Wahnsinn. Krampf, Kampf, Kampf, Kampf. Aber die Silos sind leer. Ich glaube er ist ausgetrocknet mehr oder minder. Bestätigt. Was ich machen müsste... Ja gut, er hat so viele Türme da. Ich müsste einfach nur ein oder zwei von diesen Kraftwerken zerstören. Dann würde irgendwann der Saft ausgehen. Wenn der Saft ausgeht, dann habe ich nur noch diese MG-Türme da. Schaut ihr mal auf damit? Als gäbe es irgendeinen Suizidbefehl. Jawohl, Saft! Jawohl, Saft! Jawohl, Saft! Wenn ich mit dem Luke-Nord-Mods durchfahre, kommt es auf ein Endcase-Ergebnis. Ich muss bloß die Kraftwerke irgendwie kaputt kriegen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Bildmittel unzureichend. Konstruktion fertig. Stimmt, ich wollte ja noch hier weiter. Verstärkungen sind eingetroffen. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Aber erst jetzt hat er sich ausgetrocknet. Bevor ich jetzt irgendwas mache, sollte ich es vielleicht tatsächlich die Ruhe, die ich habe, nutzen. Verstärkungen sind eingetroffen. Das machen wir jetzt in einem Part. Den Rest. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Saft! Ich glaube, ein bisschen viele sind da. Breche auf! Jawohl, Saft! Breche auf! Jawohl, Saft! Ja, der ist tatsächlich ausgetrocknet. Eigentlich könnte ich mir jetzt alle Zeit der Welt lassen. Ich könnte jetzt auf Kagehen, mir einen Kaffee holen. Na dann. Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Saft! Reche auf! Jawohl, Saft! Reche auf! Jawohl, Saft! Reche auf! Jawohl, Saft! Die Idee mit den Trampanzern gefällt mir aber trotzdem. Wollte ich wirklich mal ein bisschen mehr, weil ein bis zwei Kraftwerke müsste ich zerstört bekommen irgendwie. Frage ist, ob ich mit den Nordmots einfach durchfangen kann, so einfach. Ich meine, ich werde viele verlieren. Schaffe ich es, Kraftwerke zu zerstören? Wird sich zeigen. Kann auch sein, dass die sich alle verfangen und einfach vernichtet werden in großer Menge. Ohne wenn und aber. Ein großes Gelaber. Die Mission, das ist... Also wenn ihr mich fragt, war das jetzt die Schlimmste. Habe ich schon öfters gesagt, aber die hat jetzt die neue Krone. Die hat die neue Krone bekommen. Die auf schwer... Ohne, ohne Cheeson, ohne Exploiten. Ohne jetzt irgendwie... Also so wie ich es gemacht habe, auf schwer zu spielen... Oh, vielleicht möglich. Ja, aber ich glaube, ich will es niemals probieren. Ich möchte es nicht rausfinden. Danke. So, versuchen wir es mal, ob das klappt. Flammenpanzer machen den Vorrang. Die Konstruktion fertig. Jawohl, zwar. In Ordnung. Verschleck im Zentrum. Recha auf. Verständigt. Jawohl, zwar. Verschließ dich. Jawohl, Zahn! Shit. Nee, das war schlecht. Das mache ich nochmal, weil das würde mir jetzt einfach zurückwerfen. Ich hätte gleich früher, ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell seine Energie zurückbekommt. Ich brauche viel mehr Flammenpanzer. Die waren jetzt gerade Ultra-Gold wert. Den gesamten Rest konntest du eigentlich vergessen, die Flammenpanzer waren die Kings hier. Ich finde es so schade, dass sie nicht mehr Fackel der Erleuchtung heißen. Die Flammenpanzer sind stark genug, dass ich mit denen einfach durchfahren kann eigentlich. Ich kann mit denen einfach reinfahren, den Bauhof gleich wegfokussen und dann gehe ich durch die Kraftwerke durch. Ich brauche nur so fünf bis zehn Stück und schon kann ich da einfach durchfahren quasi. Heißt es, gegrillte Basis. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Nein. Denk nicht mal dran. Aber während die sowieso abgelenkt sind, die Gegner, kann ich eigentlich mit meinen Laubmots auch Inhalt stiften. Könnte es eigentlich reichen. Komm, wir versuchen es mal. Wir sind eingetroffen. Ich habe jetzt nur die Sieben gespeichert gehabt, ne? Wollen wir einfach nochmal. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Geht bitte, unsreichend. Bestätig. Rech hier auf. In Ordnung. Die kümmern wir euch in den Bauhof. Die Laubmots gehen rein und kümmern sich um die Kraftwerke. Es ging doch noch ein Plan. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl. Okay, da. Bestätigt. Da. Bestätigt. Und schon ist alles viel ruhiger. Und so schnell werden die auch nicht mehr nachgebaut. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Becher auf. Rech er auf. curlingեor naukon. Wird gebaut. Einheit verloren. Einheit verloren. Bestätig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh, zack. Абон kaputt. Jawohl. Jawohl, Sir. Jawohl, Til. Wir stiften hier noch ein bisschen Unheil. Und dann bringen wir es zu Ende. Ich wollte gerade sagen, hä, haben die die Türme echt wieder aktivieren können? Ne, das war der Stahlhagen. Tut mir leid, kein Tiberium mehr für dich. Gut, ich denke, ich könnte nichts mehr damit anfangen, ne? Oh, so viel Tiberium und nichts damit anfangen, dann ist das ziemlich eklig. Jawohl, Zahn, rechert auf. Jawohl, Zahn, rechert auf. Konstruktion, Taktisch. Jawohl, Zahn, rechert auf. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl. War ja zum Glück überhaupt nicht krampfig. Nein, alles okay. Versteht nicht. Rechert auf. Konstruktion, Taktisch. Jawohl, Zahn, in Ordnung. Jawohl, Zahn, rechert auf. Jawohl, Zahn, rechert auf. Jawohl, Zahn, rechert auf. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Zahn, in Ordnung. Rechert auf. Jawohl, Zahn. Bestätig. Rechert auf. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahl! Jawohl, Zahl! Reicher auf! Jawohl, Zahl! Reicher auf! So! Reicher auf! Jawohl, Zahl! Jawohl, Zahl! Jawohl, Zahl! In Ordnung! Das treffe ich grad schon selbst entflammt wieder ein bisschen. Jawohl, Zahl! Reicher auf! Jawohl, Zahl! Verstärkungen sind eingetroffen. Das ist aber für meine Friendly Fire Statistik am Ende. Die muss ja hoch gehalten werden. Jawohl, Zahl! In Ordnung! Jawohl, Zahl! Wo muss ich jetzt ergehen? Und natürlich auch die Spiegelständigkeit noch mal zurückstellen. Oh, ich hatte gar nicht auf dem höchsten. Ich hab's euch alle! In Ordnung! Okay. Damit hätten wir's. Einsatz! Holla! War das ne Geburt! Das Tarnpanzerchen. Leider nicht so nützlich. In vielen Fällen. In den allermeisten Fällen sind die GDI-Basen so aufgebaut, dass du mit dem Tarnpanzer nicht so viel erreichst. Da kannst du ja genauso gut mit Flammpanzern reinfahren. Gut. Alles klar. Ich bedanke mich für's Zusehen. Und... Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich. Hoppala. Zur gewaltsamen Übernahme. Wir haben echt nur noch drei Missionen. Ging ganz gut voran. Alles klar. Dann bedanke ich mich für's Zusehen. Und... Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye bye. Bye bye.